Was ich hier präsentiere, ist die Rekonstruktion einer Armbrust aus dem Kodex Löffelholz. Der ist 1505 entstanden und zeigt ab mehreren Blättern in Form von Explosionszeichnungen den Mechanismus einer Armbrust mit integriertem Spannsystem. Der Polzenkleber wird zur Seite gedreht. Durch diesen Hebelmechanismus lässt sich die Nuss nach vorne drehen. Dann wird hinten die Entriegelung betätigt und die Säule ist nun in der Lage, sich nach vorne zu bewegen und die Nuss wird die Sehne greifen. Mit etwas Schwung rastet die Nuss wieder ein und mit Muskelkraft ist man dann in der Lage, die Armbrust zu sparen. Der Polizei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020